Jetzt rüsselt er erstmal darin. Ach du Scheiße! Guck mal, sie steigt aus! Wieso? Oh mein Gott! Na, aussteigen? Ich kann's doch mal glauben. Er steigt vorne rein! Ach du Scheiße! Alter, wie sind die denn drauf? Wenn der jetzt eh mal rumklickt, der Jeep um, ne? Ich hoffe, du filmst das danach. Ja, ich filme. Diesmal filme ich. Ja, das stimmt. Wäre jetzt cool, wenn der Russloch der anderen Seite wieder rauskommt. Wir füttern ihn, was? Wir füttern ihn, der frisst! Der ruf war der aber wahrscheinlich nicht aus. Ja, was? Was? Scheiße, das ist gut. Dass die alle da sitzen bleiben, wa? Oh mein Gott! Oh Gott! Selber schuld! Selber schuld! Das hab ich grad gesagt! Selber schuld, ne? Selber schuld! Ja, ja, ja. Warum ist das geschrieben? Vielleicht der Fahrradfoto. Der geht gleich hoch. Oh, krass. Ich dachte, der macht gleich Männchen. Du musst raufspringen. Die holen die ab, dass die mal hinkommen. Ja, ja. Aber da sitzt immer noch welche drin. Da muss man ja sein, was? Ja. Schlumpje, Dungie. Und wieder raus. Der hat jetzt schon ihre Taschen da rausgeräumt. Oh Gott. Ich möchte euch aber bitte, dass wir da nicht hinfahren. Rettungsboote sind ausgesandt. Ah, wirklich? Wir klopfen mal den. Der stößt ihn noch runter. Das wär cool. Oh, nee. Jetzt ist ja keiner mehr drin. Nee. 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 Ob noch was zu wissen da ist? Mach doch die Tür zu. Ah, genau. Nein, ja. Ach, der Moment ist los. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Dann ist das so schnell. Jetzt guckt er erst mal hoch. Jetzt guckt er erst mal hoch. Schöne Schäden an der Seite. Das war's.